Ja, Dragon würde ich übernehmen, das. Ne, halt dich zurück. Leg dich zurück, Belize. Äh, oder eigentlich ist Level 14, das ist ja okay. Ist gar nicht mal so... Ah, ich kann dir die Attacken von ihm nicht wechseln. Oh Mann, das ist jetzt nicht so cool. Oh Mann. Oh, Seemobs, oh wie süß. Oh mein Gott, ein Seemobs, oh, sie ist so knuffig. Oh, Seemobs ist so knuffig. So ein kleines, rundes Spällchen. Nein, das ist so... Oh, ich weiß nicht warum, aber ich finde das mega süß. Seemobs ist ein cooles Pokémon. Vor allem später als... Was ist das? Irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Hey. Wir können hier eh nichts kaufen. Was versuche ich denn hier? Ach Mann. Dim, dim. Okay, zack. Dein Ernst, Heuler. Dein Ernst. Das Band schützt Dragon? Oh, cool. Zack. Komm mal hier oben hin. Treppe, nice. Oh, das war ja eine ziemlich einfache Ebene gerade. Naja, egal. Gastrodon, hey. Wow. Du hast mehr Damage gemacht als erwartet. Level 16, nice. Jetzt könnten wir uns rein theoretisch entwickeln. Geheimstufen? Weit... Ach ja, das gibt es ja auch. Geheimbuzzards, genau. Oh mein Gott, cool. Hey. Hallo, willkommen bei Partie. Wie wer ist das? So, dann stelle ich deine AD, äh, KP und AP wieder her. Ja, zurück. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Guten Tag. Und Glückwunsch. Du hast den Geheimbazar entdeckt. Ich bin Kielia, die Bazar-Ratgeberin. Sieh dich in die Läden hier, nur um... Achso. Okay. Was ist das hier oben? Ninja Tom. Ich bin Ninja Tom, der Flucht-Ratgeber. Ich kenne deinen Weg raus. 400 Pokémon, zeige ich dir, wie du aus dem Dungeon gelangst. Nee. 400 Pokémon, habe ich es gerade gesagt, ne? Oh, ich wollte eigentlich Poké sagen. Was für einst du geklemmt geworden sind? 100 Poké-Kreiniger ist alles. Was? Was hat er hier? Hallo, willkommen, Herr Kunde. Ich habe hier ein paar Genre-Wunderschüten. Man weiß nie so recht, was in Ihnen ist. Na, neugierig für nur 100 Poké. Kannst du herausfinden, was sich darin verbirrt? Oh mein Gott, davon kaufen wir mal eine. Äh, hat eine ganz erstklassige Wundertüte erworben. Öffnet die Wundertüte. Darüber fand sich ein... Äh, wow. Wow. Okay, so begeistert bin ich jetzt nicht davon. Aber, äh, ich denke dieser, ähm... Was war das? Ninja Tom. Äh, Bazaar könnte ziemlich geil sein. Genauso wie der Schluck weg. Bazaar. Ähm... Da sind bestimmt noch mega gute Items. Oder können noch... Ups, nein. Nein, Bidiza! Oh. Oh mein, Bidiza. Was machst du denn? Oh, ich hasse das. Ähm... Ja, da können bestimmt noch mega praktische und mega gute Items drin sein. Wir hatten gerade, glaube ich, nur Pech. Dass da echt ein totaler Bullshit drin war. Ja, sie dann wäre... Wow. Ich meine... Ja gut, sie ist halt nicht schlecht. Sie ist ganz gut. Ich würde mich da jetzt nicht beschweren, aber ich weiß nicht. Irgendwie... Äh... Z-Mops! Oh, süß! Putsch! Schade, dass hier keine Pokémon in den Team beitreten können. Manu. So ein Z-Mops ist schon knuffig. Oh, Bidiza kann Kopfnuss. Ja, na, 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 na... Dün, 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 dün... Yeah. Ach ja, die Musik ist cool. Oh mein Gott, eine schwere Box. Äh... Aber Xatu kam. Ach, genau. Stimmt, so eine Box kann man bei Xatu öffnen lassen. Genau, dafür war der gut. Genau. Dratini. Oh, Dratini ist auch geil. So einen Dragoran am Ende haben. Wäre auch ganz geil eigentlich, ne? Aber ich glaube, die Beltre ist das schon. Ja. Die Beltre ist auch super. Äh, Floragummi. Oh, mein Gott, ich will das Floragummi haben. Oh, das ist ein Gastrodant. Komm, eins von denen hat den... Komm schon. Du hast das Floragummi. Ja. Nice. Ach genau, ich habe noch ein Schwarzgummi. Floragummi essen. Und Schwarzgummi essen. Dragon. Hatten wir nicht noch Zink mitgenommen? Ja, hatten wir. Alles mir geben. Ich weiß immer noch nicht, ob das für immer hält. Scheiße. Okay. Egal. Muss ich mal nachgucken. Oh mein Gott, ein Gummi? Was ist das? Ein Blaugummi. Ja, gut. Äh, Dragon. Oh. Oh. Zack. Schroffküste. Uh, echt. Ein Trottini. Zock. Also, Chance haben die hier irgendwie nicht so wirklich gegen uns, ne? Ich meine... Ich weiß nicht. Wenn ich sogar alle mit Tackle One-Hit... Es kann doch sein, dass ich halt überlevelt bin durch die ganzen... Äh... Ja. Wasserfallhöhlen-Dings. Ich stehe jetzt in Wasserfallhöhlen-Aufträge. Aber... Ne. Glaube ich eher nicht so, muss ich sagen. Ich denke nicht, dass ich so überlevelt bin. Mit Level 16? Ne. Was ist das? Sejong. Genau. Gibt's eigentlich zweimal Sejong jetzt? Yugong. Ne, Yugong. Genau. Europe und Yugong. Sejong und... Oh, verdammt. Wie heißt denn das andere noch? Äh... Die Weiterentwickler von... Yugong. Äh, von Sejong. See... See... Seedrack... Ne. Seedrack hing nicht. See, See, See... Weiß ich nicht. Oh, oh, Menschenkinds. Oh, ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Oh, jo. Ja, aber unser Basislager müssen wir noch ziemlich weit gehen. Lass uns einen Blick auf die Wunderkarte werfen. Wir befinden uns jetzt hier. Dort ist das Basislager. Oh, ich würde sagen, wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Oh, jo. Ja, wir sind fast da. Das Basislager liegt gleich hinter diesem Berg. Äh. Huch, mein Magen hat geknallt. Oh, ja. Oh, je. Oh, juhu. Ja, ha, ha. Äh, ja, unser auch. Ja, wenn wir jetzt anfangen, auf den Berg zu steigen, kommen wir, glaube ich, nicht an, bevor es dunkel wird. Sollen wir vor heute Schluss machen? Wir können hier übernachten. Oh, ich stippe voll und ganz zu. Oh, ja. Da lass uns essen. Juhu. Wow. Okay. Am nächsten Morgen. Okay, Leute. Wir müssen uns jetzt, äh, wir müssen jetzt auf den Weg machen. Äh. Über diesen Berg, oh ja, kommen wir zum Basislager. Jawohl, ja. Oh, packen wir es an. Ja, nachdem ich hier bitte ein paar Items gelagert habe, denn ich würde sagen... Ja, doch, das nehmen wir alles mit. Wir haben ein paar Sienelbeeren zu viel, ne? Drei reichen, glaube ich. Und ich glaube auch, dass drei Belebersamen Feuer ist reichen. Tipp, Elixier. Schlafwurf auf schwere Boxen lagern wir. Und ich würde sagen, noch einen großen Apfel. Passt. Ja, dann speichern. Speichern. Speichern fortsetzen. Oh Mann, ey. Ja. Danke. Nice. Bis zum Reitdruck. Ja, alles klar. Am nächsten Weg nehmen wir Hornberg. Gut, gehen wir zum Hornberg. Okay, auf geht's. Jo. Machen wir. Dem, dem, dem. Ein Natu. Oh, nicht schlecht. Zack. Ho. Ein Dunkelklau ist halt echt eine gute Attacke, ne? Schön, dass Dragon die lernen konnte. Das ist super. Hey. Papinella. Zack. Ist das ein Wechselorb? Okay. Es wechselt doch die Position mit dem Pokémon, auf das ich's geworfen hab. Was stand da gerade? Was? Das hat einen Belebersamen geklaut? Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. What? Scheiße. Als ob das... Was? Oh, Mann. Mein Belebersamen. Damn. Nicht cool. Nicht cool. Zack. Zack. Es ist ja ein bisschen easy hier in den Dungeons, ne? Muss ich ja schon mal zugeben, irgendwie. So ein bisschen zu einfach. Quatsch. Quatsch. Hm. Krasser Dungeon. Also, ne Ebene, meine ich jetzt. Krasse Ebene gewesen. Wow. Ich bin... Ich bin begeistert. Also... Verschwörung. Was ist eine Verschwörung? Hä? Noch ein H2. Und ein Gem. Energieball. Ist doch auch ne Kampfattacke, oder nicht? Hör mal zu und kann ich dessen Spezialverteidigung um eins senken. Okay. Ah, Doki kann das. Ja, ich glaub. Obwohl, doch. Eigentlich können wir es nur eins... Eigentlich können wir es Doki geben. Also, ja. Weil Panzerschutz bringt uns eh nichts. Panzerschutz ist eh total behindert. Können wir mal kurz die Attacke angucken? Oh, nein. Hier wird nicht angezeigt, was das für eine Attacke ist. Pflanze, Feuer, was auch immer. Ich weiß halt echt nicht, was das für eine Attacke ist. Scheiße. Monsterraum? Ne, okay. Ich dachte gerade Monsterraum, weil hier einfach so viel Zeug rumlag. Und das schließt ja... Also, daraus schließt man ja meistens, dass es Monsterraum sein könnte. Und das wäre ein bisschen doof gewesen. Ein Moby! Ein Moby! Oh, wie süß! Es gibt schon knuffige Pokémon, ne? Es gibt schon echt knuffige Pokémon. Aerojaktion war da gerade, okay. Ein Dantra! Warum nehmt ihr denn immer Belebersam? Euer Ernte! Mein verdammter Belebersam! Wir hatten drei dabei! Jetzt haben wir noch zwei... Ein! Einen haben wir noch! Einen verdammten Belebersamen! Weil es zweimal geklaut wurde. Autsch! Oh Gott! Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich will halt jetzt nicht sterben. Ich mein, wir haben ja noch einen Belebersamen. Einen. Toll. Einen haben wir noch. Wow. Ich bin begeistert. Ähm, aber... Ja. Ja. Ist halt doof. Zwei Belebersamen wurden uns geklaut. Ey, ich kann's... Ich fass es nicht. Ey, ich fass es nicht. Ja, das ist ein Floragummi, glaub ich. Sieht zumindest aus wie eins. Ja, Floragummi und ein Gelbgummi. Was machst du denn? Hör auf... Hör auf... Die... Heule einzusetzen. So. Das war das Wort, was mir nicht einfiel. So, ein Level ist gestiegen. Nice. Goldgummi? Okay. Ist auf Floragummi. Und Goldgummi. Hab ich zufällig noch einen Gummi aufgehoben? Nee, ne? Nee. Okay. Belebersam. Danke. Immerhin Belebersam zurückbekommen. Und ein Kraftbad. Oh, nice. Nice. Ein Kraftbad ist schön. Autsch! Ich mein... Autsch! Äh, Silberhauch hat mich grad geflocht. Äh, geflocht, ja. Gefloppt. Alter! Schön! Äh! Heilige Kacke! Das war Damage! Das war echt krasser Damage! Holy shit! Hallo, Tanza! Zock! Dunkelklaue! Mh, schön! Saturday! Und... Haben wir den Dungeon gleich mehr fertig? Ei, ei, ei. Der geht ganz schön weit. Nochmal Durchbruch. Wir haben jetzt zweimal Durchbruch bekommen. Ein paar Necon. Noch ein Kraftband. Schön. Oh, Kraftband ist super. Nice. Attacke. Oh, was bekommen wir denn? Fluch. Oh, dein Ernst? Nee. Fluch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nicht... Nee. Aber das ist schön. Wir können jetzt Dragon das Kraftband noch geben. Und dann später unserem lieben Knacklion auch. Kapitel 8. Das Herz von Growlorn. Jetzt schon Kapitel 8? Oh, Mann. Oh, ja. Wir haben es geschafft. Wir sind über den Horn weggekommen. Endlich geschafft. Jawohl. Wir haben das Basislager erreicht. Ein bisschen neblig hier, ne? Oh, lih, hallo, Leute. Tut mir leid, dass ich auf uns warten musste. Ja, ihr verschmiertet euch. Alle anderen sind schon extra. Legt euch raus, dass du abheilt euch. Jetzt, wo wir alle versammelt sind, kommen wir zur strategischen Besprechung. Oh, jawohl, jawohl. Stimmt etwas nicht, Toki? Was ist für ein seltsames Gefühl? Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich... Moment mal, ich kenne diesen Ort. War ich schon mal hier? Vielleicht. Hat der Ort etwas mit mir zu tun? War ich schon mal hier, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe? Na, kommt schon, kommt. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Gehen wir, Toki. Ja. Hm. Ähm. Alles mal zu... Äh, bitte. Wie es aussieht, sind alle wohl über eine Basislage angekommen. Wir werden jetzt die Erkundung des Nebelsäßes Angriff nehmen. Wie ihr seht, befinden wir uns in einem dicht befalteten Gebiet. Irgendwo in diesem Wald soll, äh, soll ein Nebelsee vermogen sein. Aber jetzt, äh, aber bis jetzt ist Gerü... Äh, ist es nichts weiter als ein Gerücht. Zahllose Erkundungsteams haben schon ihr Glück versucht, aber bisher konnte der See nicht entdeckt werden. Hey, hey, hey. Hey, also gibt es nun, äh, gibt es den Nun, oder, oder was? Äh, diesen Nebelsee? Oh, soll ich nicht weibern, Krebsgur? Du machst die Illusion kaputt, wenn du so etwas sagst. Ja, vernehmt sich den Spaß. Hey, hey, hey. Ähm, darf ich mal was sagen? Äh, auf unserer Reise habe ich eine Legende gehört. Eine Legende, sagst du? Ja, eine Legende über den Nebelsee. Der Legende zuzufolge lebt am Nebelsee ein Pokémon namens Selphie. Dieses Pokémon soll ausgesprochen selten sein. Selphie kann angeblich das Gedächtnis von anderen auslöschen. indem es ihnen in die Augen sieht. Ja, was? Äh, es löscht ihr Gedächtnis aus? Äh, selbst wenn Reisende den Nebelsee finden würden, Selphie würde ihr Gedächtnis löschen. Ich würde somit und würde somit verhindern, dass die Reisenden etwas von der existenten Sees verraten könnten. Auf diese Weise schützt Selphie den Nebelsee. Ich habe gehört, dass es so eine Legende bis heute gibt. Oh, Menschenskind. Oh, das ist aber eine haarsträubende Geschichte. Oh ja. Aber was mache ich denn, wenn mein Gedächtnis ausgelöscht wird? Ich glaube nicht, dass du dir Sorgen machen musst. Du bist doch sowieso so vergesslich, dass du zum Schrein bist. Heek. Ähm. Ich sollte wissen, dass über solche Orte gerne Menschen oder Legenden verbreitet werden. Unsere Gilde hat auf ihren erfolgreichen Expeditionen große Hindernis und Schwierigkeiten überwunden. Allerdings, Heek. Na, wer kommt ein ganz kassiger Ruf als Gilde? Ha, ha, ha. Keine Angst. Alles wird gut. Lasst uns auf, äh, auch auf diesem Abenteuer positiv denken und versuchen wir es. Versuchen wir es. Ja. Kühnenlof ist immer so, ja, optimistisch, enthusiastisch. Fahren wir mit dem Plattwort. Legendenmeister und ich werden hierbleiben und Informationen von den Teams im Einsatz zu sammeln. Ihr werdet den Teams aufbrechen, um diesen Wald zu erkunden. Denkt daran, dass dieser Wald von dichtem Nebel umhüllt ist. Betretet ihr ihn erst einmal ist eure Sicht sehr beeingeschränkt. Wir glauben, dass der Nebelsee wegen dieses Nebels unentdeckt bleibt. Vielleicht gibt es einen Weg, diesen Nebel zu vertreiben. Darum solltet ihr noch zwei Dinge suchen. Erstens nach dem Nebelsee und zweitens nach einer Möglichkeit den Nebel zu vertreiben. Wenn euch eins davon gelingt, wenn euch eins davon gelingt, kehrt ihr zum Basislager zurück und erzählt es dem mir oder dem Gehenmeister. Das alles. Nun, gut, Pokémon, gehen wir unser Bestes wie immer. Hurra! Versuchen wir alle, unser Bestes zu geben. Oh, es wäre schön, wenn wir ein, zwei Deckungen machen würden. Wir werden den See finden, ich bin mir sicher. Ich werde der Erste sein, der ihn findet. Papa, glaubst du, der Nebelsee ist vielleicht unterirdisch? Ich habe mir überlegt, dass wir unter der Erde suchen sollten. Ach, mein Sohn, mein ganzer Stolzen. Hört ihr so recht, lass uns unter der Erde suchen. Okay, Pokémon, wir gehen. Wir können uns auch nicht leisten zu trödeln. Jawohl, wir müssen uns beilen. Na gut, wir sollten auch gehen, was, Jungs? Ja, Mann. Gehen wir, Doki. Wir müssen uns beilen. Hm, ich kenne diesen Ort. Und der Legende zufolge kann das Pokémon Selfie das Gedächtnis von anderen löschen. Ist das beides wirklich nur Zufall? Hm. Vielleicht war ich hier, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Vielleicht habe ich dann Selfie getroffen. Und es hat mein Gedächtnis gelöscht. Könnte das passiert sein? Ey, Doki. Wieso bist du in Dorn so abgelenkt? So bist du auch sonst nie. Aber Eilung, holen wir unsere Sachen und gehen in den Wald. Ja, Mann. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Lagern. Lager. Weißt du was? Wir lagern das alles. Nein, den Stöcker behalten wir. Das lagern wir mal. Apfel, große Apfel. Böse Beere lagern wir. Einen Samen lagern wir. Durchbruch können wir lagern. Angst und so weiter. Eieieieieieieiei. Dafür nehmen wir aber nochmal eine Sinebeere mit. Wir haben ja noch eine. Und einen einzigen Beleber, sagen wir, haben wir noch. Ne, wir haben ja mehr. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch mehr. Ähm. Und dann würde ich sagen, das war's. Dann speichern wir noch. Und dann beenden wir aber auch diesen Part. Ja. Ach ja. Ach ja. Beziehungsweise diese Aufnahmesession wieder von zwei Parts. Yeah. Zwei Parts aufgenommen. Ist okay. Spielstand erfolgreich gespeichert. Danke. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.